Da liegt schon wieder ein Teilchen rum. Jetzt nicht mehr. Also ein Steinchen, nicht ein Teilchen. Guckt euch das an. Da haben sie jetzt wieder die Treppe gemacht. Aber die beiden Stufen lassen sie einfach aus. Nö, interessiert uns nicht. Braucht man nicht. Jeder ohne. Wir haben die andere Treppe hier. Wozu die Treppe? Wir haben die Treppe. Wir haben die Treppe. Kommt, ihr beide zusammen. So. Irgendeiner fehlt hier doch. Dann pack auch gleich mal das Holz von den beiden Hackflöcken. Und du gehst wieder fletten. Wie sieht es hier aus mittlerweile? Na, ein bisschen geht noch, bevor wir das nächste planen. Oh, es dämmert langsam. Ich kann schon das Sonnenlicht am Horizont sehen. Und es wird auch langsam wieder heller. Was ist das? Ja, das ist gut. Oh, sie haben es geschafft, wenigstens eine der Stufen mal zu machen. Und die Steine da sind weg, gut. Nein, Tuppel, du sollst da die Steine aufräumen. Gut gemacht. So, dann gucken wir nochmal hier drüben. Ja, hier können wir jetzt langsam die nächsten Fletten planen. Und zwar... Na, noch nicht ganz so hoch. So, so. 80 kann aber nicht stimmen. Oder? Sind es 5? Ach ja, sind 5. Okay, 5 mal 16 ist 80, ja. Ich dachte, es wären nur 4, aber es sind 5. 5 mal 16. So, jetzt könnt ihr weitermachen. So, ich weiß nicht, ob ich es nicht erinnert. So, jetzt gehen wir mal an, wo es geht. So, jetzt kann ich noch nicht erinnert. So, jetzt kann ich sagen. So, jetzt ist es gut. So, jetzt gehen wir mal an. Langsam sieht es wieder einigermaßen normal auch aus, der Steinbruch, also der Berg, wie er abgetragen wird. Und durchbei nehme ich jetzt mal das Holz-Ding weg, damit nicht aus Versehen noch mehr Holz unnötig geschlagen wird. Und damit das hier mal ein bisschen schöner aussieht. Achso, du kannst da oben hier langlaufen. Gut. So, jetzt sieht es wieder wenigstens etwas besser aus. Und du kannst weiter fletten gehen. Komm, jetzt mach noch hier die Treppe fertig, dann wäre ich zufrieden. Nein, mach da nicht. Okay. Ja, jetzt fängt die Treppe an. So, wie sieht es hier aus? Hier ist noch ein bisschen was. Okay. So, wie sieht es, dass du da schon wieder ein Loch reingehauen hast? So, wie sieht es hier aus? 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 Das sind nämlich nur noch fünf Dinger. So, dann kann ich die auch darüber verlegen. Und ja, damit wächst unser Plateau langsam. So. So, der letzte. Und dann kann auch dieses Flatten hier mal weg. So. So, jetzt wird das gefüllt. Oh, hier sieht es schon wieder recht voll aus. Äh. Na gut, wenn sie es geschafft haben, das hier noch voll zu kriegen. Oh. Hm. Also ja, gut, sollten wir sie jetzt doch mal schnappen und hier hinschicken. Zum Flatten. So. So, das heißt, im Augenblick haben wir jetzt wieder nichts mehr zu tun, außer zu gucken und schieben. Ja. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.